So, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Kanal G-MinecraftTV oder G-MinecraftTV. Hier werde ich das Projekt jetzt fortsetzen. Minecraft geht hier dann weiter und müsst ihr einfach hier vorbeigucken. Bleibt auf diesem Kanal, hier wird alles Minecraft kommen. Ich werde hier nicht ständig was hochladen, aber wenn ich mal Lust habe oder Bock habe, Tutorials und so, aber müsst ihr mal gucken. Ja, heute ist Freitag, der 20.01. Ich habe mal wieder das was auszunehmen. Die ersten fünf Teile sind ein Re-Upload von GameOne eben noch. Da sehen wir, wie die so wunderschöne Sonne untergeht und dann wollen wir gleich mal direkt schlafen gehen. Immer noch mit Minecraft, Minecraft von Honeyball. Auf jeden Fall downloaden. So, wo waren wir denn? Ich habe mir da ein paar Ideen gemacht zu. Ja, da muss man mal gucken. Ich glaube, ich glaube, ich habe da eine Idee. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Ich habe hier noch was zu essen hier. Oder muss ich erstmal wieder angeln gehen. Was habe ich da drin? Nichts. Dann nehme ich mir mal die Axt mit. Ach ja, jetzt spiele ich auch auf Deutsch. Das ist ja eine neue Version, 1.1. Dann nehme ich mir die beiden Schaufeln mit. Oder das Steinschwert nehme ich mir mal mit. Das Höllschwert nehme ich mal mit. Äh, nehme ich mir mit. Und das nehme ich mir mit und die nehme ich mir mal mit. Habe ich was zu essen hier noch? Die Pilze. Äh, ne. Ich glaube, ich gehe mal erstmal ein bisschen angeln, oder? So, erstmal hier ein bisschen was angeln gehen. Äh, hat sich irgendwas verändert? Ich habe das Gefühl, hat sich irgendwas verändert. Öh? Nein, ich bin nicht, glaube ich, nur sehr dünnlich. So. Mh, wollen wir mal hier jetzt ein bisschen angeln gehen. Na, was müssen wir erwarten. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Jetzt, äh, sind die doof? Sind die doof? Hä, wie angelbar. Man muss auch... Ich schon wieder, der Mist, ey. Ich werfe hier die ganzen Fische durch die Gegend. Wie in meinem vierten Teil. Ich schleudere mit Fischen. Das war auch so krass, ey. Aber, naja. Sonst, ich habe den neuen Minecraft-Kanal deswegen aufgemacht, weil ich... Lust halt einfach auf Minecraft, weil es ist ja auch recht beliebt. Und ich hatte keine Lust, dass das alles auf Game One dann überschwappt und dann da Minecraft habe und noch die anderen Projekte. Deswegen meine ich lieber auf Game One, dann, ähm, die andere Spiele und mache dann hier eben nur Minecraft-Sachen. Hier werdet ihr auch Tutorials machen zu Mods oder Texture Packs zeige ich euch, Mods zeige ich euch. Ich würde auch sicher nicht mal machen, wie man einen Server selbst erstellt, mit Hamachi oder wie auch immer. Und, ja, müsst ihr einfach mal reingucken. Wird schon sicherlich lustig hier. Ich würde auf jeden Fall vorbeigucken. Ich habe mir überlegt, ich werde kein, ähm, Intro machen, so wie viele das haben, aber ich finde das irgendwie, weiß ich auch nicht, ein bisschen schwachs nicht. Also, nee, so, das ist es irgendwie nicht. Nicht meins. Naja, jetzt läuft das ja gerade gut mit den Fischen. Jetzt weißt es schon an. Ähm, ich werde eine Farm machen, wo ich dann Pflanzen und so züchten werde und ich werde die Dungeons erkunden, die da und da sind. Und damit ich Samen bekomme, äh, weil die sind ja meistens in Dungeons drin, in den Kisten. Und dann muss ich mal gucken, dass ich was zu essen bekomme, eine gute Futteration, weil ich kann ja nicht immer Fischen gehen, das wird ja langweilig für euch. ja, den Fisch noch und das reicht dann. Ich könnte natürlich was töten, aber dann habe ich natürlich, äh, nicht mehr die Möglichkeit, ja, Spinne. Oh, da ist noch Kuh, 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 Kuh. Äh, Lack. Okay. Hm, ich habe eine Spinne. Hier ist doch irgendwas. Ach. Äh, Fisch, ich will, brauche ich einen Schlotter. Nein, da ist mein Dach da und verpiss dich. Du musst da weg. Sterben, sterb, Spinne. Stip, stirb, 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 stirb. Ah, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt die Helligkeit ein bisschen aufgedreht, da könnte ich auch immer was sehen. Aber beschwert ihr euch nicht. Ja, lieber Jonah, ich sehe dich nicht. Oder du hast keine Fackeln gesetzt. Setz bitte Fackeln. Und da habe ich keine Lust zu. Und ja, du gescheiße. So. Ich muss auch irgendwann mal auf Diamantensuche gehen. Aber das ist ein anderes Mal. Erstmal machen wir jetzt doch mal... Was mache ich denn heute? Ich weiß noch gar nicht, was ich das heute machen will. Ob ich heute... Diamanten suchen gehen will. Oder ich... Bolle mir einen Keller. Oder was mache ich heute denn? Ich habe doch gar keine Idee. Ich glaube, ich baue heute... äh... mein Haus erstmal. Ich baue erstmal für ein vernünftiges Haus, meine ich. Ah, baue ich ein Haus? Ich baue ein Haus. Ihr habt so recht. Nein, ihr habt ja nichts gesagt, aber... Ach ja, ähm... Es ist mir eigentlich egal, wie viele hier zuschauen. Ich mache dies nur aus... äh... Spaß und ich will einfach nur... Ja, nicht deswegen... Nicht nur, aber ich will alle, die das sehen... Ich möchte einfach, wen es interessiert, dass sie gucken. Sonst ist mir jetzt auch ziemlich egal. Müsst ihr alle selber wissen. Aber... Ja, ich gucke auch bei gerne... bei kleineren Lesplayern. Ich gucke auch gerne Gronkh und so. So ist ja nicht, aber... Naja. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich überlege, lohnt sich das? Habe ich hier noch Erde oder Sticks oder so? Ich glaube, ich haue da... einen davon rein. Kann man ja auch verbrennen heutzutage. Hm, mal eben den Fisch erwarten. Okay, ich haue da mal lieber ein paar mehr rein, weil Holz kann ich immer wieder und mir ist es zu schade, wenn ich da jetzt Kohle reinhaue. Äh... Reicht das noch für einen? Ich muss mal kurz gucken. Ein Fisch schon mal? Nein. Dann werden zwei Stück vielleicht reichen. Hm, da habe ich dann erstmal nichts zu essen. Gravel... Ist das Kies? Pflastersteine? Eisen... Wee... Pflastersteine? Okay. Äh, Kohle kann ich da noch mit entpacken. Die kommen da hin. Dirt kommt da hin. So, wie weit sind meine Fische? Ja, das reicht. Das wird reichen. Sauber. Dann esse ich jetzt erstmal gleich Fisch und... pflanze noch ein paar... Zeppelins? Knochen? Hm, hab ich noch Zeppelins? Nein. Dann werde ich mir erstmal noch ein paar Knochenmehl machen. So, jetzt erstmal was essen. Nom, 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 nom. Okay, ich bin voll... Äh... So, dann wollen wir mal hier oben hin. Ich habe mir was überlegt, wo ich mein Haus hinbaue. Weil das... Mein Haus werde ich oben drauf bauen. Und deswegen... Muss ich das wieder abholzen, um... Jetzt nehme ich mir meine Schere. Und ich hole mir das alles da runter. Ja, das kann vielleicht ein bisschen laut jetzt sein, aber... Eins merkt mich nur... Es soll ja die, ähm... Die... Ähm... Dass da Äpfel rauskommen, soll ja erhöht worden sein. Aber es fallen keine Äpfel. Das nur, wenn die so bleiben, also... Naja. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen zu laut ist, aber... Ha! Wartet mal kurz. Options. Ton. Aber das... Das passt schon besser, glaube ich. So. Ähm... Dann wollen wir mal hier den großen Baum noch fällen. Aber so bekomme ich gar keine Septins, ne? Hm-hm. Ja, schon wieder Lack, ey. Was ist denn heute los? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich lasse ihn mal hier grad so stehen, oder? Aber das Gute ist jetzt ja... Jetzt kann er die Schafe... Ich muss was ausprobieren mit einem Schaf. Ja, kommt, ihr Schafe... Hol' ich mir eure Wolle? Nein, ich hol' mir eure Wolle nicht. Warum soll ich mir eure Wolle holen? Ist ja voll sinnfrei, ey. Äh... 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 Zeppelin? Zepp... Zeppeline? Ich will dich großhaft bescheißen. Äh... Ich habe, glaube ich, genug von... Äh... So. So. Ähm... Da oben fallen auch die Zeppelins runter. In der Zeit... In der Zeit... Werde ich jetzt mal... Ein bisschen... Ah, Zepp... So. Kannst du mal ein bisschen Erde abbauen. So. Kannst du mal ein bisschen Erde abbauen. Ah, das kann man auch nicht so lassen. So. So. Äh... Äh... Womit habe ich euch da runtergekommen? Komm, Zeppelin, 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 Zeppelin... Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist von laut, aber... Ein Apfel! Ein Apfel! Ein Apfel ist da runtergefallen! Noch ein Apfel! Oh, ich habe zwei Apfel. Cool. Okay. So. Mache ich das alles noch ein tiefer? Oder... Äh... Wie? Oder was? Ich glaube, ich mache es noch ein tiefer, ne? Jaha, das wird jetzt hier noch ein tiefer gemacht. So. Einmal hier ganz durchs Gemüse. Und da ist die Schafel kaputt. Und dann nehmen wir die Nest. Und es wird grad dunkel. Also es geht grad... Ich habe das Gefühl, es geht richtig schnell vorbei, die Zeit. Aber irgendwie... Ja, ist der doof hier. So. Machen wir das hier noch... Ein bisschen weg. So. Dann brauche ich mal jetzt Erde. Äh... So. Ein bisschen aufgefüllt. Naja. Egal. Das wird eh später wahrscheinlich... wieder anders... gemacht. Dann werde ich... werde ich... werde ich... werde ich... Was werde ich denn tun? Ähm... Ja. Kann ich auch erstmal... So lassen. Erstmal schlafen gehen. Ja. Lack rum heute. Erstmal schlafen gehen. Ähm... Da muss ich mir noch... Überlegen... Ob ich... Ob ich... denn... Ich mache meiner Zeit ein bisschen was... Äh... Hallo Skin. Ah, ich liebe deswegen. Äh... Holz, 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 Holz... Äh... Ja. Holz... Ist natürlich gut. Äh... Ich hatte noch ein bisschen mehr Holz. Ich werde jetzt erstmal... Äh... Pflastersteine nehmen. Nämlich Pflastersteine? Nämlich Pflastersteine? Wofür hab ich Pflastersteine? Ähm... Woraus mache ich denn die Hütte? Mache ich die aus... Clean Stone? Nein. Ich werde das... Ähm... Dann werde ich noch das brauchen. Ich werde das brauchen. Und ich werde... Das brauchen glaube ich. Naja. Wollen wir erstmal hier noch ein paar von diesen Räumchen... Pflanzen. So. Dann gehen wir mal da... hoch. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Und zwar werde ich... Ähm... Kurz gucken. Ich werde... 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 Das hier wieder abreißen. Und werde dafür... Eins... Zwei... Drei... Das ist ja... Drei hoch, ne? Mhm. Das ist drei hoch. Das heißt... Da kann ich die Decke sein, sondern auf der vierten Etage. Das heißt... Hier ist die Decke. Hier ist die Decke also. Gut. Das heißt... Die Decke ist... Da. Okay. Gut. Dann reicht mir das ja. Zack. 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 Hm... Ich könnte hier noch ein bisschen darüber rücken eigentlich, ne? Ich glaube ich nehme hier noch ein bisschen... so. Jetzt habe ich das schon mal... Äh... Dann nehme ich mal die Schaufel dafür. Kann ich ja noch... Kann ich ja noch... Rein theoretisch... Ah... Mach ich mal hier. Nehm... Ich mach... Mache ich das mal so... Dann nehme ich mal hier. ich mal, dass die Wund längs... äh, nein, nicht so. Dann buddel ich jetzt hier längs. Ja, spring da runter, spring mal die Klippe runter. Passiert sicherlich nichts.